. 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 Und ja, dauert noch ein paar Minuten, die Vorbereitungen laufen, auf Hochtouren hier, dank der Unterstützung der Beeklner Feuerwehr. Das war minimal, was ihr gestern gebracht habt, das war kein Cold Water Challenge, das ist von oben gekommen, das war pipi warm. Also Minimalisten, muss ich sagen, das lassen sich die Prager nicht nachsagen. Und es heißt dann immer, wenn die Aufgabe nicht erfüllt wird, muss das Orchester die Beeklner zum Grillen einladen. Das war, glaube ich, die Bedingung, ne? Also, da lassen wir uns nicht lupen, das Grillen habt ihr sowieso sicher. Am 29. Juli haben wir unser letztes Grillen mit Probe und dann Abgrillen, da laden wir die Beeklner schon mal ein. Unabhängig davon erfüllen wir jetzt unsere Aufgabe, das Team von Buten und Binden ist dabei, das wird wahrscheinlich bei YouTube eingestellt. Wir erfüllen jetzt unsere Aufgabe und ich nominiere als nächste Gruppe das Wildeshauser Musikchor. Musikchor, heißen sie, glaube ich, nicht? Musikchor Wildeshausen. Wildeshausen, gebt euch Mühe, ihr habt 48 Stunden Zeit und falls ihr eure Aufgabe nicht erfüllen sollt, also uns würde ein Fassbier beim Abgrillen reichen. Und als zweite Kapelle nominiere ich unsere Freunde aus Scholling-Borsel, Albringhausen-Scholling-Borsel, mit denen wir immer auf dem Neubruchhauser Schützenfest zusammenspielen. Das ist die zweite nominierte Kapelle. Bei euch würde ich auch mit dem Fassbier zufrieden sein, weil der Weg nach Albringhausen ist ziemlich weit, da wollen wir hin zum Grillen. Und 30 Liter fast reicht, weil wir waren dieses Jahr nur mit zwölf Pragern in Neubruchhausen, da können wir uns sicher nur um 50er zu nehmen. So, jetzt hoffe ich, dass alles vorbereitet ist. Unser Wahnsinns-Schwimmbecken mit kaltem Wasser von der Feuerwehr, vielen Dank dafür, ist gerichtet. Und auf mein Zeichen marschieren jetzt alle Prager barfuß und mit Preußens-Gloria durch dieses kalte Wasser. Im Gleichschritt! Prager, seid ihr fertig? Ja! Dann im Gleichschritt mit Glocke marsch! Ja! 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 Das war's. 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 Das war's.